Hallo und willkommen zurück. Wir sind bei Part 3 meiner Hausbaureihe und ich möchte jetzt das Esszimmer bauen. Ich werde es direkt an die Küche setzen. Das finde ich macht am meisten Sinn, da man ja dann direkt von der Küche ins Esszimmer muss. Und wie vorher auch, fange ich direkt mit der Inneneinrichtung an und baue dann die Wände drumherum. So, erste Amtshandlung ist ein Esstisch finden, denn der wird am meisten Platz wegnehmen und dann werde ich alles drumherum bauen und an den Tisch anpassen. Was ist das denn? Das ist aber kein Esstisch, das ist irgendwas mit Büro. Ich habe mir jetzt auch noch gar keine Gedanken gemacht, wie ich das Esszimmer aussehen lassen will, also werde ich jetzt ganz spontan irgendwie zusammenstellen. Bei der Küche ging das ein bisschen schneller und war einfacher, weil ich da was Neues runtergeladen habe und das ein komplettes Set ist. Und da musste ich nicht so viel ausprobieren. Aber jetzt weiß ich noch nicht. Also da die Küche schon braun ist, will ich es vielleicht im Esstzimmer eine andere Farbe. Esstischkommunikation. Ah ja, es mag vielleicht ganz normal für dich sein, vor dem Fernseher zu sitzen und stillschweigend Essen in dich reinzustopfen, aber es gibt auch andere Alternativen. Echt? Schalte doch mal den Fernseher aus, setz dich mit deiner Familie an den Kommunikationen und erzähle deinen Lieben, was du den ganzen Tag so gemacht hast. An diesem Tisch ist Platz für die ganze Familie. Allerdings sollten alle Familienmitglieder um den Tisch herum Platz nehmen und sich nicht in eine Reihe setzen. Und vergiss nicht, Kommunikation ist wirklich alles. Ich freue mich, wer da sich die Mühe gegeben hat, den ganzen Text dazu zu schreiben. Besonders, weil ich finde, das sieht mehr aus wie so eine Kommode oder wie man das dann nennt. Halt Regaldingens. Aber gut. Was haben wir denn da? Schwierig, schwierig. Manchmal ist bei den anderen Rubriken auch noch was dabei. Also nicht, nee, Krautstich, glaube ich. Wirklich nur die niedrigen? Oder was ist das? Ja. Und da habe ich ganz viele leere Felder, sehe ich gerade. Ja, das ist irgendwas Unsichtbares. Das habe ich auch noch nie so ganz verstanden. Es gibt manchmal unsichtbare Teile. Ich glaube, um Sachen übereinander bauen zu können oder irgend sowas. Keine Ahnung. Okay, ich werde mich jetzt so dann demnächst mal für einen Tisch entscheiden. Kann sich also nur noch um Stunden handeln. Rund. Rund. Könnte ich so nicht mal wieder machen. Kann sich natürlich auch schon vorher überlegen, was für eine Familie man einziehen lassen möchte. Und ob das dann eine Großfamilie wird oder vielleicht nur zwei Leute. Und dann kann man das natürlich auch entsprechend dann kleiner halten. Oder größer. Ah ja, okay. Hm. Ach, ich nehme jetzt den Glastisch hier. Und der ist wie das meiste, was ich so habe. Auch von Mango Sims. Und da der Glastisch ziemlich unauffällig ist, Werde ich dazu jetzt, ähm, bunte Stühle nehmen. Also nicht irgendwelche Holzstühle. Sondern eher was halt dann farbiges. Was ist das denn? Achso, okay. Das ist so eine, so eine kleine Bank. Die will ich natürlich nicht haben. Dann haben wir hier sehr schöne Klappstühle. Die finde ich eigentlich auch ganz nett. Oder nicht so edel, aber... Die kann man ja irgendwo mal so an den Rand sitzen. Dann nehme ich die sogar vielleicht. Hm. Könnte mir gefallen. Also wie man sieht, oft ist das bei mir einfach sehr spontan dann eine Entscheidung. Wenn ich irgendwas entdecke, dann... Nehme ich das und, ähm, werfe auch jede Planung über den Haufen. Die Sitzkissen kann man hier variieren. Das finde ich sehr schön. Die würde ich dann... Passend zu... An Rest... Also, ähm, dann den... Nochmal von vorne. Ich wähle mir erst mal das Sitzkissen aus. Und dann werde ich natürlich auch gucken, dass alles andere dann dazu passt. Zum Beispiel, ähm, der Teppich oder Teppichboden. Dass der dann halt auch irgendwie nicht aus der Reihe tanzt. Also entweder das rote Kissen. Oder das. Ich nehme das rote. So. Vier Stühle reichen bestimmt erst mal. Wenn man dann im Live-Modus ist, rutschen diese Stühle ja dann ein bisschen ein Stückchen unter den Tisch drunter. Das sieht dann auch nochmal besser aus, als das jetzt so mit Abstand. Ähm. Ähm, okay. Dann finde ich natürlich im Esszimmer immer ganz schön, wenn man Regale hat oder so kleine Ablageflächen. Das ist eine meiner Lieblings-Kommoden. Ich mag die irgendwie sehr gerne. Die Weiße mit dem schwarzen Aufdruck. Ich glaube, ich habe es auch schon sehr, sehr oft verwendet. So. Was können wir dazu denn noch passend stellen? Ich gucke gerade, ob ich irgendwas Rotes habe, weil das wäre dann natürlich... Allerdings will man in Rot, dass es den selben Ton hat, lieber. Also in dem Kissen ist mehr ein bisschen mehr Blau-Rot drin. Ich kann natürlich auch was Schwarzes noch nehmen. Ich möchte mal da hinstellen. Ähm. Dann nicht vergessen, für die Wand kann man natürlich dann auch noch... Aber bevor ich das mache, kommen Fenster rein. Und dann nehme ich jetzt die großen, langen Fenster. Also für die Küche hatte ich ja diese kleineren und jetzt vom Stil her ähnlich sind diese hier. Und die setze ich ins Esszimmer. Jetzt weiß ich nicht, wie rum. Ich glaube, so rum. Kann man sich jetzt überlegen, ob man die ganze Wand... Oh, da lasse ich da eine Lücke. Könnte ich noch was aufhängen? Das ist vielleicht auch ganz schön. So, aber ich denke, mehr Platz brauchen wir für das Esszimmer nicht. Oder ich setze... Ach, ich habe eine Idee. Ich könnte in das Esszimmer auch noch ein Klavier setzen. Aber ich finde, wenn man es nicht ins Wohnzimmer macht, kann man das Klavier auch ruhig ins Esszimmer tun. So, ähm, ja. Das ist echt ganz gut, wenn man dran denkt, dass man noch solche Sachen hat. Bücherregade zum Beispiel. Das vergesse ich gerne. Na, das fällt mir dann spätestens ein, wenn ich das Wohnzimmer mache. Aber sowas kann man ja auch mal ins Esszimmer stellen. Wobei ich verdecke mir nicht gerne den Kühlschrank, damit ich dann, wenn ich die Sims steue, halt schnell da dran komme. Also, das sind so Sachen, also wenn ich die Häuser baue, dann baue ich es eigentlich auch so, dass, ähm, wie wenn man dann danach da auch mitspielen würde. Also mit den Sims dann drin. Können natürlich auch da ein paar Bücher draufstellen. Oder das Telefon oder so. Oder Dekoration, ich weiß noch nicht. Also, jetzt werde ich erst mal die Wand ziehen. Die muss da lang. Und dann brauchen wir natürlich noch eine zweite Tür. Und dann gehe ich über zum Boden. Ich werde auf jeden Fall einen Teppich unter den Esszimmer-Tisch legen und, ähm, deswegen werde ich den Boden vielleicht hell machen und dann einen bunten Teppich nehmen. Weil so ein farbiger Boden ist mir, glaube ich, doch ein bisschen zu viel. Und natürlich muss noch was an die Wand. Da heißt es jetzt halt einfach wieder ausprobieren. Vielleicht muss ich auch erst mal den Teppich auswählen und dann fällt mir vielleicht das mit der Wand auch leichter. Und interessanterweise findet man, wenn man die, so, Möbelsets runterlädt, Teppiche meistens bei diesen verschiedenen Sachen und nicht unter Teppichen. Und unter den verschiedenen Sachen können dann auch solche Dinge noch sein. Und da haben wir jetzt zum Beispiel Hängeschränke. Ich glaube, das sind die, die in die Küche gehören noch. Oder hier so eine Abzugshaube. Ich habe natürlich jetzt über dem Herd ein Fenster, deswegen weiß ich nicht, ob das mit der Abzugshaube so gut aussehen würde. Könnte ich natürlich auch noch hinsetzen. Finde ich aber immer ein bisschen seltsam vorm Fenster. Dann vielleicht eventuell das Fenster versetzen und dann kann man die Haube drüber machen. So. Auch eine Möglichkeit. So, hier sind ganz schöne Teppiche. Allerdings auch sehr groß. Ich würde gerne was, was halt direkt unter den Tisch passt, machen und die größeren Teppiche dann für das Wohnzimmer. Was ist das denn? Ah ja. Ups, Auto im Esszimmer. Das ist dann, ähm... Also ich habe keine Erweiterung für mein Sims 2, wo ich Autos benutzen könnte. Deswegen wäre das jetzt nur Dekoration. Sehr gut. Auto als Dekoration. Ach ja. Also gut. Aber wir sind ja immer noch beim Teppich. Teppich, Teppich, Teppich. Ach, was nehme ich denn da? Das ist vielleicht auch nützlich. Das ist was, kann man ganz gut wahrscheinlich auch für den Flur nehmen. Wenn ich da zwei nebeneinander lege, wie sieht das denn aus? Hm. Ja, vielleicht schon. Okay, dann gehe ich jetzt nochmal zu den Wandbelägen und danach mache ich wieder den Feinfliff, also Lampen und Kleinteile und Dekoration. Ich finde, Wand ist immer ganz schwierig. Da kann ich mich nie entscheiden, was ich nehmen will. Oftmals sind es dann doch, ähm, die dezenten Sachen hell und, ja, nicht viel geschnörkelt dran. Oder man muss dann ins Extreme gehen, ganz rote Tapete oder so. Leider hat die, so ne Bordüre oft, wie man das auch immer nennt, da oben, mit so Blumen, die ich nicht schön finde. Das ist natürlich, das ging auch noch, das ist eigentlich ganz witzig. So, ich wollte mal gucken. Erst, ähm, Telefon. Da haben wir die Telefone. Musik kann man natürlich hier auch noch reinsetzen oder eben ins Wohnzimmer. Ich denke, das würde ich dann im Wohnzimmer machen. Und jetzt gehe ich mal die ganzen Kleinteile durch. Ich würde nämlich gerne was auf den Tisch stellen und noch auf die Kommode. Ähm, das würde ich jetzt zum Beispiel nicht nehmen, weil, ähm, ich finde das, ich zeig das mal da, ähm, das Pink, oder, naja, was ist das, Dunkelpink, Lida, Aubergine, wie auch immer man das nennen möchte, von dieser hinteren Flasche, passt einfach nicht zu den Rottönen. Und das beißt sich und deswegen würde ich das nicht nehmen. Also, gelb, orange, rot, ähm, das sind so Sachen, die jetzt hier eigentlich ganz gut reinpassen. Die zwei Zitronen finde ich irgendwie ganz lustig. Ähm, aber nein, sieht noch nicht so ganz so gut aus. Die Kerze war eigentlich echt nett auf dem Tisch. Das sind Vasen. Und dann mal eine Schale mit Äpfeln. Grün geht auch noch, kann man auch noch hinsetzen. Warum nicht? Nehme ich hier die Apfelschale. Und dann lasse ich den Esstisch vielleicht frei, sonst... Auf jeden Fall kommt jetzt mal noch Grünzeug. Das muss immer rein. Zumindest bei mir muss das immer rein. Kann man ja auch auf den Tisch stellen. Aber auf jeden Fall möchte ich eine Bodenpflanze haben. Möchte ich da was neben das Klavier? Könnte natürlich auch was hinhängen. Beim Esstisch muss man natürlich dann aufpassen, wenn man hier mit den Sims dann spielen möchte, dass dann auch die sich dransetzen können und ihren Teller hinstellen können. Also ich möchte, glaube ich, hier auf jeden Fall noch irgendwas hinsetzen. Hm. Spiegel, stimmt. Spiegel sind auch nicht schlecht. Was haben wir da denn? Huch. Das ist irgendwie so ein verspiegelter Wandschrank. Kann man vielleicht auch ins Bad setzen. Na, ich wollte die Farbe ändern. Das wäre doch was. Ähm, okay. Dann kann man natürlich auch so einen Beistelltisch freilassen. Dann können die Sims ihre Zeitung oder ihre Post drauflegen. Aber das mache ich auch oft dann in der Diele oder im Flur. Deswegen setze ich da jetzt einfach mal auf den Tisch noch was drauf. Hm, das ist echt für die Ecke da auch was. Das sind natürlich auch gerade die Farbtöne jetzt, die hier sehr gut reinpassen. Wenn man genug Platz hat, kann man natürlich auch ein bisschen mutiger sein und die Sachen auch so ein Stück in den Raum reinstellen mal. Das ist halt immer nur sehr schwierig, weil die Sims oft dann nicht drum rum gehen können. Da muss man halt sehr aufpassen. Deswegen setze ich oft viel an die Wand. Und da muss man aber dann aufpassen, dass es nicht so aufgereiht aussieht. So, äh, ich wollte eigentlich das Video langsam beenden. Ich hoffe nur, dass ich doch jetzt noch das Esstimmer vorher fertig kriege. Na gut, ich lasse es jetzt erstmal dabei. Dann, ähm, kurz die Wände anzeigen, damit ich noch Bilder aufhängen kann. Weil zum Beispiel haben wir jetzt hier diese Seite total leer. Das sieht doof aus. Jetzt wird da Sachen aufhängen. Hm, das ist ein bisschen hart. Das kenne ich noch gar nicht. Südafrika. Oh, ich mag ja das Bild total gerne. Mit der Katze. Passt nur leider hier nicht ganz so gut. Ja, ich werde dann mal wieder eher extrem überziehen, das Video. Ich dachte, ich mache eigentlich maximal so 20 Minuten, aber das ist ja dann... Das wird mal wieder nix. Ich brauche einfach zu lange für ein Zimmer. Die sind ja auch schön. Die möchte ich dann aber... Hm. Wie hänge ich die in den Flur? So mehrere nebeneinander in verschiedenen Farben. Muss ich mir mal merken. Das könnte ganz gut aussehen. Äh, okay, okay. Ähm, da hat es immer noch nichts für da gefunden. Ich meine, man muss es nicht machen, wenn man eh die Wand ausblendet. Ähm, es hat dann nur den Effekt, dass Sims sich dann im Raum wohler fühlen, wenn Bilder aufgehängt sind. Oder wenn man halt die Wände anhat und es selbst dann schöner findet. Mit Bild an der Wand. Dann nehme ich einfach das Regal mit Bild. Mache ich das. Und über das Klavier passt meistens nicht so viel. Das ist oft, da muss man was Schmales hinsetzen, wenn überhaupt. Das sitzt dann sonst auch so direkt dran. Aber da müssen wir nicht unbedingt was hinmachen. Also, dann können wir jetzt die Wand wieder ausblenden. Und dann brauchen wir natürlich noch Beleuchtung. Und ich möchte neben das Klavier eine Stehlampe haben. Da ist die Auswahl jetzt nicht so riesengroß. Und, ähm, gucken. Entweder eine Hängelampe über den Esstisch. Oder Wandbeleuchtung. Bei solchen hängenden Lampen bin ich auch mal ziemlich pingelig. Und ich finde die meisten nicht so schön. Das würde hier eigentlich fast noch reinpassen. Ist aber sehr groß. Sowas kann man auch mal an die Ecke hängen. Hier zum Beispiel. Passt aber auch nicht so gut jetzt zu der Lampe. Ähm, ich werde mal bei den... Ach, das ist ja auch eine geringe Auswahl. Da muss ich irgendwann mal... Ich hoffe, ich finde da mal mehr für. Die sehen zwar nicht so schön aus, machen aber immer sehr schönes Licht. Deswegen hänge ich die jetzt da hin. Und hier sitzt überall... Dann muss ich das da hin machen. So, wenn ich nichts vergessen habe, haben wir jetzt hier unser Erstzimmer. Ich habe jetzt noch keine Vorhänge aufgehängt. Ähm, das werde ich dann aber im nächsten Video vielleicht noch machen, wenn ich dran denke. Ansonsten kommt es irgendwann später auch mal dran. Ja, damit ist unser Erstzimmer fertig. Ich hoffe, euch gefällt es auch ein bisschen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.